Aufnahme live G D Aaaaaaah Jamie internal Gäderik Das ist die letztepflichtige Mission, die wir machen wollen A-A-A-A-A-A-A-A Wo bist du? Schaut selber Tür Wo? Da Hinter dir Als Also wirklich Hey Roger E�� Also wirklich, dass du mir die sehen kannst. Bist du das? Ja, hier, Schatz. Ja, hallo. Also wirklich, du bist eine wunderbare Erscheinung heute, die irgendwann nicht verstanden ist, aber wunderbar. Ja, gell? Ja, komm, legen wir doch mal los, ey. Also wirklich, das geht doch gar nicht. Ja, legen wir doch mal los. Body Shaving, Body Shaving, Body Shaving. So, Daley. Oh, heute kommt es mal ein bisschen schneller. Ah, du bist schon raus zuhause. So, wo hast du parkiert? Ah, äh, Mechaniker, Mechaniker. Ich weiss, ich würde dir vorstehen, aber nein. Du siehst die Frau dort hinten, ich bin die gerade am Boxen. Dort hinten? Ja, dort. Ja, wir schon. Boah, der hat gerade eine gegeben. Interessant. Und ich jetzt auch noch. Ach, das sind zwei Stück. Oh man, jetzt muss ich das zweimal machen. Ja, nein, ich muss auch einmal. Ja stimmt, du bist ja noch. Ich habe jetzt einfach die Arme, musst du das doch alleine machen. Ja. Ja, ey. Jamie. So zurück. Die übliche Frage, was haben wir für Zeit? Es ist... 2 ab 12. Und...und...50 Sekunden. Das ist doch schön. Ja, geil. Was gibt's denn so Neues an der Front? Ähm, ich kaufe mir jetzt ein neues Handy. Liebe Leute. Bald geht's... Bald geht's short um ein Apple Handy. Oi. Äh. Hochquatativ, oi. Ja, und was für eins denn, wenn ich fragen darf? Ähm. Hallo. Das iPhone 13 Pro. iPhone 13 Pro motion. Nein, das ist doch schön. Äh, was schiessen mich jetzt gerade ab? Weiss doch nicht. Du musst doch in die Bank rein oder was auch weiss das ist. Sooo. Ey, ich bin schon drin. Ich bin schon drin, Alter. Ich habe mich an denen vorbeigeschlägt. Oh, shit. Ah, die sehen mich einfach nicht. Wieso sehen die mich nicht? Ey, du musst einfach reinlaufen, Sörg. Du musst einfach reinlaufen. Nein, da! Wo bin ich? Ey, wieso schloss du mich? Gott, das bist nicht du. Ich weiss doch, wie du es siehst. Du schaffst es zweimal, ja? Aua. Lauf dir nach oben. Sorsere, komm. Komm, Mob, let's go. Das ist jetzt der richtig doofen Parking Spot, den ich da habe. Aber rein, Taschen. Ich habe die andere Tasche, aber ich nehme sie in den Bett. Du hast es ja nicht! Ich habe sie, aber ich nehme sie in den Bett. Ah, du bleibst dort, warte auf mich. Gut, ich warne dich. Mit der Tasche in der Hand. Schütteln die Cops ab, Jungs. Mann. Jungs und Mädels. Jungs und Mädels. Sie könnten einfach weggehen. Dann hatten wir alle viel weniger zu tun. Aber nein. Der Arm der Gerechtigkeit, Schlingo. Schwanz der Gerechtigkeit. Trinkt in jede Spalte. Exakt. Du hast es verstanden. Ach, ja. Jamie. Du holst dir eine Art kleinen Snack. Ah, ja. In YouTube schauen. Kleinen Snack auch so. Ja, sicher. Bist du dabei? Leute. Schreibt doch in den Kommentaren, was wir mal auf YouTube-Videos schauen sollen. Oder auf was wir reagieren sollen. Gott verdammt, schreibt jetzt in den Kommentaren. Die schreiben ja sonst in den Kommentaren. Also, mehr ist es. Einmal. 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 Tja, was geht es dir denn? Weisst du? Die vier Leute, die das Video schauen sollen, nehmen wir noch ein bisschen. Jähle. Ja, wie geht es mir? Hey, ja. Ja, ich kann mich beklagen, aber ja, ja. Ja, ja. Ja, tatsächlich sticht es gerade in meinem Bauch. Ich weiss nicht, was es ist, aber es sticht gerade in meinem Bauch. Gell, so ein leeres Gefühl. Mhm. Das sticht ich in meinem Bauch. In dein Bauch? Ich weiss. Es fühlt sich an, wie es so kleine Nodeln in meinen Bauch stechen. Aber ich weiss nicht, wieso. Ich muss aufpassen, dass du nicht stirbst. Weisst du, das könnte noch gefährlich sein. Lebensgefährlich. Ja. Es wäre ja gefährlich. Wenn ich stirb, wäre es lebensgefährlich, ja. Ich wusste nicht, dass das so ist. Nein, wenn eine Nodeln in dein Bauch stechen. Hast du gewusst, dass wenn du unter Wasser atmest, dass das auch lebensgefährlich ist? Ja. Es könnte sein, ja. Oder, dass du ins Weltall fliegst ohne Ruhmkapsel und weiss auch nicht, was ist das auch lebensgefährlich? Ja. Hast du gewusst, wenn du nicht adi bist, ist das auch lebensgefährlich? Ja. 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 Arbeiten in den Ruhmkapseln. Nein, hey, was. Sicher nicht. Das ist das Einfachste auf der Welt, hey. Ja. Es ist schon einfach. Das muss man schon sagen. Hey, die Taschen hier in der Bank ist viel zu schwer, ich leg sie wieder verboten hast. Ja, mach das. Du hast aber schon geduldet, dass du dort so lange stehst. Ja, ich gebe denen gerade alle ein paar Anfeigen. Ich komme hier rein und will mir die Taschen klauen und ich sage so, nein, 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 nein. Nicht so, mein Junge. Ja. Ja, komm, weisst du so, ob der Luke so... Ja, ob der Luke so. Hast du nicht mal das Licht ausgemacht? Ja, Mann. Ich meine, ich kann das ja nicht wissen, sorry. Ich meine, der Typ im Bank hat das Licht ausgemacht. Ja. Aber Jamie, es ist schon noch verdächtig, dass du so viele Sachen weisst. Warum weisst du das? Ja. Um zu zählen. Ich bin halt allwissen, weisst du? Ich bin sicher, dass du ein Geister bist, weil Geister existieren eigentlich nicht. Nur wenn du fass mal von dir. Nein, ich bin kein Geister. Ich stand jetzt gerade im Bank. Sorry, wenn du mich nicht als Menschen erkennst. Schäle mal, was drückt ihr auf den Tupen? Mann, es geht ja, ist kaputt. Mann. Wieso hast du das nicht gerade gesagt? Mann. Es muss nicht so fahren, fahr doch heim. Mann. 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 Leben ist hart. Ich habe den Rockstar Games Lounge schon installiert und deinstalliert. Es hat noch nie jemand gesagt, dass das Leben leicht ist. Leider nicht. Die Leute, die das Leben fast durchspielen. Ja, aber auch nur die. Ja, aber es sagen Leute. Die Leute sollst du nachher umfahren. Junge. Du gehst ja jedes Mal auf einen Ranzen. Ich wusste nicht, dass die Ranzen hinten sind. Wo ist der Ranzen des Autos? Der Ranzen? Den Bauch gehst du unten. Ja, aber dann gehst du ja nicht auf eine Ranzen. Du fährst schon auf dem Ranzen, stimmt. Ich weiss doch nicht. Der Bauch ist so fett, du kannst einfach drauf rollen. Ja. Sollte ich jetzt umfahren. Umfahren? Ah, sie sind schon wieder weg. Ah schon. Ah ja. Schnell gegangen. Angst bekommen. Bist du ein grosser Fan von Glücksspielen? Nein, eigentlich nicht. Hä? Aber während der Schule bin ich eigentlich zum Glück. Also fast schon, ja. Gruppenzwald. Ja, jeder Test. Von Kollegen zum an unserem eigenen Rotspiel. Ich glaube, das war beim ersten Match, der von der WM gelaufen ist. Haben wir in der Klasse so ein Rotspiel. Man hat jeden 5 Franken im Jackpot hier. Der, der richtig roten. Und wenn zwei richtig roten, dann bekommen die zwei, das so 50-50 ausgezahlt. Ja. Aber es hat keinen Säu richtig roten. Glücksspiel Kobalt. Glücksspiel Kobalt. Sind wir schon vorbei gefahren? Nein. Nein, nein. Ja, bin ich ein angenehmer Beifall? Ja. Gell. Man sieht die vor allem so wenig. Ja. Es ist so wenig. Du weisst, du hörst mich so in Ruhe beim Fahren. Also es ist noch praktisch. Es ist noch praktisch, ja. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich wieder nach Hause. Keine Lust mehr mit dir zu sein. Ich bin nicht mal in die Garage rein, keine Lust mehr mit dir. Ah, wegen dem bist du auch noch im Ding, wenn ich reinge. So liebe Leute. Hm. Schreibt mir in den Kommentaren, ob wir die drei Missionen hier unten auch noch machen sollten. Das ist sehr wichtig. Das sind sehr coole und sehr wichtige Sachen. Ich finde, wir können es auch noch machen. Und diese können unbedingt auch einschalten, wenn es dann den Stream gibt, wo wir die Endmission zusammen spielen. Hm. Das wird auch fassbar. Das wird am Freitag oder Samstag zu oben sein. Kauft euch jetzt schon Tickets. Nein, ja. Und der Erste, der eine Donation macht, kriegt... ...Sedimeterhudi. Sobald es einen gibt, kriegt... Exakt, es ist kostenlos. Der, der der Erste, der eine Donation macht, Der wird notiert, des Todes überall notiert, in meiner Heimat aufgeschrieben, wo das Passwort von Sedimeter-Account drin steht. Aber... Was ist... Was ist, wenn ich da nicht? Dann kriegst du einen Sedimeterhudi. Okay, gut. Also, wir sehen uns dann an diesem Stream, oder beim nächsten Video. Das heisst dann, wir schauen weiter zu, wie wir zuschauen und wie wir zuschauen. Und ich wünsche auch einen schönen Oberseite. Bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.